Musik So, moin meine Freunde, der ergebt pflegten Unterhaltung, ich darf euch ganz geliegen zurück auf dem VP-Klan-Kanal begrüßen. Ja, ich denke mal, dass die meisten mich noch gar nicht so kennen werden von der Stimme her, deswegen gibt es heute mal ein Vorstellungsvideo. Kommen wir jetzt aber erstmal zum Gameplay, was ihr heute aufs Auge gedrückt bekommt. Wie man schon sehen kann, ist das Ganze in Black Ops 1, er spielt vom lieben VP-Rules, aber nur Homo. Und das Ganze ist in 85 Sekunden FFA-Gameplay, ist relativ nice anzuschauen, dass die euch das drittschnellste in Deutschland sein. Und ich würde sagen, wir fangen jetzt direkt mal mit meiner Person an, und zwar ist mein Name Andreas, ich bin momentan 16 Jahre alt, habe nächste Woche Geburtstag, am Dienstag, sprich am 24. Da werde ich 17. Und wenn ihr mir was kaufen wollt, also ich nehme auch Checks, das ist alles kein Ding, aber ist jetzt auch egal. Auf jeden Fall kann ich nur noch ein bisschen was über mich erzählen, in der Richtung, was für Musik ich höre, wie lange ich schon Call of Duty spiele, etc. Zum Beispiel Musik höre ich jetzt Hardstyle-Techno, etc. Und zocken tue ich jetzt so ungefähr schon eineinhalb Jahre, bis zwei Jahre. Und ja, momentan nicht mehr so oft, weil es mir nicht mehr so viel Bock macht, zu viele Deutsche am Start. Aber ansonsten läuft das eigentlich doch ganz gut. Auf meinem Channel könnt ihr auch außergewöhnliches vorfinden, sprich keine normalen stinklangweilen Gameplays, sondern einfach was Spezielles, was Lustiges, etc. Also da könnt ihr auch gerne mal vorbeischauen, der Link wird wahrscheinlich verlinkt sein. Wenn ich irgendwas Schönes gesehen, mache ich Foto, tue ich Facebook. So, das soll es jetzt erst mal gewesen sein. Jungs, Auto rein.